Ich bin bei dem Spiel jetzt echt gerade ein bisschen erstaunt, wie schnell doch eigentlich die Level hier gehen. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder mit dem Boss, wenn man bei Kingdom Hearts 2 nimmt, der dauert so ein Level ja ewig. Im Vergleich. So, der Spiegel, der war glaube ich ein bisschen nervig, weil der immer so blöd rumfliegt, dass er es so schwer treffen lässt. Oh, okay. Hat einer grinst, glaube ich, oder? Ja! Da ist er! Komm her, du Mistkerl! Und Abschlussangriff! Das macht schon! Ja, 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 das gefällt dir nicht, nicht wahr? Nee, 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 nee. So, mal kurz heilen zwischendurch. Der ist so unsympathisch, der hat so komische Angriffe, die ich überhaupt nicht klarkomme. Okay, schnell, 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 vorwärts! Komm, Terra, 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 Terra! Ich könnte gerade die Luftgrätsche ausprobieren, aber ich habe keine Zeit dafür. Ah! Ich weiß gar nicht, wie lange ich das machen muss. Okay. Ah, das ist die Luftgrätsche, okay. Spiegelein! An der Wand! Wer ist der Dümmste im ganzen Land? Und natürlich du, Mann! Natürlich du! So! Und jetzt! Das ist immer cool bei den meisten Endbossen, weil das eigene verdammt viel Schaden macht denen. Und man für die kurze Zeit unverwundbar ist. Das ist später ein guter Trick, um weiterzukommen. Feuerbrunst erlernt! Ich glaube, das ist sogar ein neuer Kampfstil. In dem ich mit Feuerattacken komme. Tja. Ich würde mal sagen, verkackt. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, dass du den Schaden verletzt hast. Ich habe das Gefühl, dass du den Schaden verletzt hast. Wo kann ich den Schaden finden, Master Xehanort? Ich habe das Schaden verletzt, und diese Schaden verletzt hat. Gib ihm die Antwort, was er will. Über die Licht und die Schaden verletzt hat er. Wo war es auf den Schaden verletzt wurde. Ist das alles? Dankeschön. Du bist eine große Hilfe. Wahnsinn. Jetzt kenne ich mich raus. Aber ich finde es toll, dass er sie einfach stehen lässt. Wollte ihn zwar gerade umbringen und vernichten und sowas. Und will einem armen Mädchen das Herz rausschneiden, aber egal. Master Eric hat gesagt, dass er die erste Worte von Master Yen Sid bekommen hat. Vielleicht ist es Zeit, dass ich mit ihm selbst sprach. Ach, da ist er ja. Wen hat er da gefunden? Keine Ahnung. Ah, er hat einen schönen roten Schal. Schön für ihn. Sehr schön für ihn. Okay. Dritte Welt. Geschafft. Kann ich jetzt? Ja. Yen Sid's Turm. Oder keine Ahnung, wie der heißt. Oder der verwunschene Turm. Irgendwie so heißt der. Irgendwas mit Turm. Der mystische Turm. Okay. Jetzt hätte ich mir jetzt vielleicht noch denken können, aber... Pfff. Egal. Ich war nah dran. So. Da waren wir sogar schon mal in King of Hearts 2. Sogar genau die gleiche Welt. Hi. Das sieht ein bisschen verwirrend aus. Bisschen verwirrendes Rumgefliege. Das Ganze hier. Ist mir mein Gleiter doch irgendwie lieber. So. Der mystische Turm. Mystic Tower. Mysterious Tower. Ach, verdammt. Müsste ja doch eigentlich ein mysteriöser Turm heißen, oder? Ist ein bisschen komisch übersetzt, würde ich sagen. Mal so mit meinen Englischkenntnissen. Sollte das eigentlich entweder ein mysteriöser Tower... äh... Mysteriöser Turm oder Mystic Tower heißen. Ja. Grandios. Erstmal ein... Magnetzauber hier mit Lücken reinklatschen. Äh... Genau, mein neuer Fertigkeitsziel muss ich gleich mal ausprobieren. Ich muss ein paar Feuer-Attacken reinpacken in mein Inventar. Erstmal hier draußen ein bisschen auffangen. Okay, Feuer auf Stufe 3 direkt. Wenn man vom Teufel spricht. So, die Kiste hole ich mir noch. Die wird alle erledigt, bevor sie rauskommen. Oh, Grätsche Stufe... 3, glaube ich. Ich muss doch ziemlich weit kommen mit meiner Grätsche. Wupp! Können wir gleich probieren. Geht schon gut weit. So, äh... Schauen wir mal zuerst auf den Status, weil da haben wir jetzt nämlich einen neuen Kommandostil. Feuerbrunst. Schaltet sich frei, wenn du Feuerkommandos einsetzt. Der war, glaube ich, sogar einer meiner Lieblings-Attacken. Äh... Meiner Lieblings-Attacken. Äh... Lieblings-Kommandostile. So, Abschlussmeister. Wann was punkten der genau? Ich glaube höheren Schaden beim Abschlusskommando. Schaden durch den Kommandostil. Abschlusskommando steigt an. Genau. Okay, Items. Haben wir jetzt ein neues Schwert. Perfekt. Gleich stark, aber noch ein bisschen mehr Magie. Genau so mag ich es. Äh... Und Feuer können wir jetzt auch zusammenfügen. Sehr schön. So, was haben wir denn da jetzt Neues bekommen? Anzahl der LP-Kugeln erhöhen und die Kugeln anziehen. Die LP betreffen. Anzahl der Kombo-Schläge. Ui, sehr gut, sehr gut. Luft-Kombo-Plus. Sehr cool. So, und will ich jetzt irgendwas theoretisch hier... Ich würde gerne eins von den Feuerdingern aufleveln und dann mit einer von den Fähigkeiten hier kombinieren, damit ich irgendeinen Feuerangriff habe für den Kommandostil. Das wäre nämlich ziemlich cool. Äh... Und mein Deck muss rausrüsten, weil ich jetzt wieder... hier einen Platz frei habe, weil ich gerade das Feuer... äh... verworfen habe. So, okay. Levelt alles auf. Passt. Wollen wir mal kurz bei den... hier noch nachschauen, bei den Aktionskommandos. Genau. Gretchen Stufe 3. Achso, das kann noch höher gehen. Okay. Dachte jetzt bei Stufe 3 wir Ende. Dann ist ja gut. So, Fertigkeiten haben wir jetzt natürlich etwas Neues bekommen. Das ist jetzt einfach nur... längere Kombos... in der Luft. Okay. Rein mit uns. So, ist wahrscheinlich... Die Karte hier ist, glaube ich, nicht so viel versteckt. Ich glaube, der Turm ist auch nicht so groß. Magieformel. Formel für Magiekombos. Die Wirkung zeigt sich auch bei der Kommandofusion. Ich glaube, jetzt kriegt man bessere Kommandos, wenn man Magie zusammen mischt oder so. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall, dass man da bessere Sachen rauskriegt. Ja. Master Yen-Sid. Mein Name ist Terra. Ja, Pupil Erecus. Ich habe dich erwartet. Es ist das Unversed. Ja, Master Yen-Sid. Ich dachte, es wäre besser zu suchen, dass einer wiser ist als ich. Ich bin nicht mehr ein Master. Ich habe diesen Mantel geöffnet. Aber Herr, war es nicht dein Pupil, den ich auf dem Weg ins? Er hat eine Kabel. Du hast mich an Mikki. Er hat auch versucht, hierzu. Als König, er ist gut und nett. Aber der Wettbewerb von einem Kräumen hat ihn nicht auszuladen. Er hat ihn mit einem Objekt zu sein, das er nicht versteht oder wie es zu kontrollieren kann. Mikki betrifft, dass meine Star-Shard mit Hilfe in seiner aktuellen Reaktion. Und wie du, er ist bereit, zu benutzen, seine Kabel zu machen. Ich bin nicht sicher, dass ich überhaupt verstehe, was falsch ist. Master Xehanort ist weg. Und jetzt habe ich gelernt, dass er ein Führende sei. Er ist ein Führende, der kontrolliert die Unversed auf der Bühne. Für die Wahrheit zu kommen, vielleicht sollte man sich auf die Dinge andersherum herausfinden. Zuerst. Zuerst, sie ein und das gleiche Problem. Der Master Xehanort und der Unversed sind irgendwie verbunden? Ich muss keine Erinnerungen machen. Find Xehanort, Terra. Das ist, wo du beginnst. Ja, Sir. Ich hatte Hoffnung, Xehanort, dein Herz würde dich nicht mehr nachher führen. Terra. Master Xehanort. Terra. Seid mich einmal. Okay. Was ist das? Sieht jetzt nicht unbedingt sehr einladend aus. Muss ich einfach mal gestehen. Ah, wir vertrauen ihm einfach mal. Wieso auch immer. Weil er ja so ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Der auch so nett im Hand reinschaut. Sieht nach einem Schlachtfeld aus. Master Xehanort. Und da ist er auf einmal nicht mehr verschwunden. Ich bin in anderen Welt. Ich weiß alles über die Dinge, die du hast. Ich verstehe einfach nicht warum. Niemand musste sich die Licht aus dem Dämonen, die ich habe. Du musst wissen über den Mann, der in der Maske. Der Name ist Vanitas. Der Name ist Vanitas. Der Name ist Vanitas. Der Name ist Vanitas. Vanitas? Du sagst mir, er kommt von dir aus? Er kommt von Ventus. Ventus? Ja. Vanitas ist die Licht in deinem Freund. Es war ein Verkauf. Du bist da. Wenn ich mich anrufen, Ventus war für die Schmerze. Und es gab nur einen Weg. Er schief ihn zu. Er ist es. Und deswegen hat Vanitas sich gemacht. In dem Prozess. Ich verletzte Ventus' Herz in den Schmerz. Entschuldigt habe ich das, was ich richtig war. Und er verletzte ihn mit Hericus. Ich wusste, dass der Mann nicht mit mir wundervoll. Der Mann, der schlug ist ein Tief. Der Mann, der da schlug uns sehr. Ach du armer. Natürlich Irgendwie glaube ich dem nicht, schon allein deswegen, weil er Xehanort heißt Und in den anderen beiden Spielen Xehanort der Böse war Ich weiß ja nicht Rückblende Ja, Rückblende So ist er wahrscheinlich hierher gekommen, der kleine Ventus Er scheint nicht viel zu reden hier Ich bin Terra. Was ist dein Name? Ventus Du kannst sprechen Aqua, komm hier! Hi, ich bin Aqua Terra Aqua So, bist du hier zu trainieren mit uns? Wo bist du? Wer ist das Mann mit dir? Du bist gut mit der Keyblade? Woah What's the matter? Are you okay? What did you do? Nothing I... I just asked him some stuff Ventus can not tell you anything Ach der Arme Der Arme Der Arme Der hat sich gleich verliert hier sein halbes Herz Am Anfang Master Why is Vanitas still free? Why is Vanitas still free? Ah, yes Well I did my best to contain him the moment he emerged, but He managed to escape Hmm Vanitas uses the Keyblade to sow seeds of darkness And now you see The world's team with his ghastly underlings The Unversed He has no control over the darkness in his heart The Keyblade is not his to bear He's an abomination beyond hope of salvation Lend me your strength, Terra Right this wrong that I have wrought But I have no idea where to find him What I can tell you about Vanitas amounts to this His darkness is drawn to the light Which he seeks to disrupt And then destroy It stands to reason that he will strike next in the City of Light Radiant Garden Huh Don't worry Master I'll take care of Vanitas Radiant Garden Da waren wir auch schon Hieß mal eine Zeit lang Hollow Passion Wasp Ich Sto also Vielen Dank.